Vielleicht geht das ja jetzt wieder. Aber so sieht es aus, sieht es schon. So. Jetzt hängt das aber die ganze Zeit. Das Rücke... Boah, nein! Ich krieg hier gleich echt Krämpfe! Kann ja nicht sein, was hab ich doch noch nie gehabt, so was Schlechtes hier, ey. Das ist ja schon wieder unten auf dem Bild. Sag mir mal einer, warum das nicht gerade so ganz funktioniert. So, jetzt gucken wir nochmal. Zurück zum Spiel. Wisst ihr was, Leute? Ich guck gleich, dass ich die Radieschen von unten pflücke. Nein, ey, das gibt es nicht. Ey, ich hab... Boah, so einen Tag hier, ey! So einen schlechten Scheiß! Wir sind ja nie fertig mit der Scheiße hier, ey! Das ist ja echt ein Ausraster-Video, ist das? Was hängt da oben? Ist doch wieder ein Stein in der Luft! Ich drück gleich irgendwelche Pickel aus, ey! Du komm jetzt da wieder runter, du Mongo! Echt! Ich brauch... Boah, ich... Mir wächst gleich Erdöl am Arsch! So! Das ist, glaub ich, die letzte Wand. Warum hängt das denn so bescheuert? Hat doch vorher noch nicht so gehangen. Jetzt baue ich hier schon eine chinesische Mauer. So eine Yin-Yang-Yang-Yong-Mauer, ey! So! Was? Was soll ein Stein da oben machen? Picknick oder was? Jetzt komm da wieder runter, ey! Jetzt hole ich dich da gleich hoch, ey! Spann! Das geht mit nicht, ey! Mich trifft gleich der Tod! Was soll ich die letzte Folge, die ich für heute aufnehmen werde, ey? Hört! Irgendwie hängt die Scheiße hier fest. Und ich verstehe nicht, warum. Hier steht immer noch die chinesische Mauer. Die schon vor zwei Wochen Wechsel hätte sein können. Boah, jetzt zieht... Boah, sie fehlen Stein! So. Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ich hole gleich echt die Kerzen aus, ey! Ich krasse den gleich hier so aus. Kann ja nicht sein, dass das nicht ganz hier hinhaut, ey! Kommst du aus dem Urlaub und nimmst die ersten Folgen wieder auf, dann hast du hier noch so einen Scheiß, oder was? Ich weiß es nicht, ey! Hat die Putzfrau sechsmal über den PC geputzt, oder was? Das ist ja nämlich nicht gewohnt. Kann ich nicht sein, ey! So, 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 so... Boah, nein! Boah, ich krieg gleich Pickel! Boah, die Folge ist echt zum Wahnsinnigwerden. Jetzt hab ich da wieder einen Stein irgendwo hängen, da am Sack hier, ey! Ich pflück gleich Ameisen. Ich hole gleich richtig hier... Boah, Rapunzel wird gleich laufen lernen. Bei mir. So. Gott sei Dank, rapunzel wird das schon mal erledigt hier. Jetzt rühre ich die Steine auch wieder nach oben. Feuerstein. Erde. Ne, warum hat's so hängt, ey? Ich guck mal kurz unter den Einstellungen. Sichtfeld. Maus, äh, Musik, gehen wir mal wieder auf 40. Geräuschkulisse machen wir auf 60. Mausempfindlichkeit ist okay. Fertig, zurück zum Spiel. Ja, da kann's aber nicht liegen. So. Haben wir hier irgendwo, hier war Sand. Da haben wir Stein. Ach, haben wir kein... Okay, dann machen wir uns eben das 64er-Paket. Kies haben wir auch. Da war hier, Sandstein. Oh. So. Jetzt brauchen wir schon mal die Glasscheiben für hier. Ich hoffe, wir haben... Ach, ha. Ich weiß nicht, ob der Ofen noch voll ist. Sand hab ich ja noch dabei. Boah. So, Sand. Aber in dem Ofen, du Schwein. Boah, echt. So Sand haben wir. Ich zeige mal, der Weg, der ist auch okay. Dann brauchen wir eine Mauer. Eine Sandsteinmauer werden wir uns hier hinbauen. Da, wo auch die Fackel dran kommen. Dann... Oh, wird. So. Okay, das geht schon mal hier nicht weiter. Wollen wir nämlich mal gucken, ob wir das alles so schön hinkriegen, gebacken kriegen hier. Ja, und das wird ja... Bleibt ja noch offen, was da hinkommt. Jetzt kann ich... Hier eine Fackel dran. Hier eine Fackel dran. Und da eine Fackel dran. So. So. Ähm. Dann hab ich ja noch Erde hier. So, dann können wir das ja eben ausbessern hier. Weil... Das sieht ja nicht mehr aus, ey. So. Hier Steine runter. Hm. Na gut, dann... Ich weiß nicht. Ich bin am überlegen, ob wir den See hier vorne zumachen oder auflassen. Oder wir... Strukturieren den eh anders. Keine Ahnung. Wir gucken erstmal, was wir da machen können. Ähm. Hier würde ich ja sagen... Machen wir... Ja. Sekunde, ich habe eine Idee. Und was zu dem Haus dann auch dazugehört. Und zwar... Wir haben irgendwo die... Die Steine. Das war eine Holzstufe, die wir hier drüber hatten, ne? Ja. Das ist ja fürchterlich. Naja. Okay. Da wollen wir mal gucken. Ich bin echt ein bisschen sehr doll hier rum. So, ähm... Und... Boah, ich habe mich erschreckt. Was ist das denn da? So. Dann würde ich sagen, machen wir ungefähr... Hier... Hier... Und da. So. Und dann kommt... Hier ein Hochbeet hin mit Gemüse hinterher. Was dann zu dem Haus hier vorne dazugehört. Aber das soll nicht zu groß werden. So. Okay. Jetzt wächst da schon Gras drüber. Und das sollte ja nicht darüber wachsen. Egal. Egal. Ist 88. 88 Jahre. Ne, wir machen hier oben eine Blumenwiese hin. Das habe ich jetzt... Jetzt ist mir anders überlegt. Wir bauen hier oben eine Blumenwiese. Eine schöne Blumenwiese mit Knochenmehl hinterher. Kommt das schöne Blumenwiese hin. Mit einer Gartenbank. Die werden wir uns noch bauen. Die kommt dann da rein. Das ist ja schrecklich hier. Hier haben wir Sand. War denn nirgendwo mehr Erde drin? Hier ist Glas. Ah, warte mal. Hier ist Kies. Wasserstein, Kies habe ich da. Hier habe ich noch Holz. Das ist aber nichts mehr drin. So. Die nächste Aufnahme vorgebringt jetzt gleich sofort. Bis gleich. Ciao.